Hallo Leute, ich wollte euch gerne mal erzählen, warum ich schon lange wusste, dass ich nach meiner Sportlerkarriere ein Haus bauen werde. Ich selbst bin als Kind in einem Haus groß geworden. Wir haben draußen auf dem Dorf, auf dem Land gelebt, mit viel Wald und Wiese drumherum, sodass es für ein Kind natürlich optimal war. Du konntest einfach rausgehen, ohne Stress, ohne Kummer, dass da viel Verkehr ist. Und selbst nach dem Training, als ich aus der Turnhalle kam, bin ich dann noch aufs Fahrrad, aufs BMX gestiegen und durch die Gegend gehämmert, die Hänge hoch und runter gepilzt. Und somit war für mich relativ früh klar, dass ich auch mal ein Haus haben möchte. Dieses Haus hier soll einfach meine Heimat werden. Es soll mein Ruhepol werden, einfach so meine Energiequelle, wo ich nachher mich zurückziehen kann, weil ich weiterhin durch das Studium und viele Termine natürlich brutal unterwegs bin. Und ich kann es kaum erwarten, ich freue mich drauf und ich werde es euch zeigen. Deswegen immer schön dranbleiben.